Es geht ein Karawan durch Etelbrick, ein Karawan von den Dörren. Es wird bestimmt jung, aber es wird gefallen. Und wir schalten dann mal raus, bei Lisa Kurt. Lisa, ich sehe schon, du bist eine gute Gesellschaft hier, Matze, in Etelbrick. Wo sind Sie da genäht und wie geht die Karawan hier weiter? Also, Kamil, effektiv, mehr Sie doch schon mal in Heuren Etelbrick. Die Kurze ist aus dem Morgen am Gange, sich ein bisschen abzurichten. Wir sind heute mit einer Karawan von den kleinen Dörrenzüchtern, die sind immer dabei. Heute haben wir uns dann auch schon nach Pärze gesehen. Aber weiter Dörren kommen dann auch noch mal spät hin. Es wird alles dabei, als wir mal geschwögen wollen, wenn wir uns dann noch auf einen Platz anzuzummen treffen. In allen Fällen kann ich mir sagen, dass die ganze Infrastrukturhäu von Etelbrick auch ein bisschen geändert wird. Wir haben auch die Porto, die zur Sicherheitsdurchstehung herausgebracht werden, damit wir heute einen Kochtisch empfangen können, lanceren. Und die Bilder sind vielleicht ein bisschen ruckelig bei Ihnen. Unser Kameramann, der sitzt schön gemütlich oben im Wohnen, der geht um die Matke zu tun. Und wir trübeln dann heute weiter Mat. Und ich gehe mal so und ich gehe zurück in das Studio. Und wenn heute alles sich ein bisschen schiedern in seinen Platz von tut, dann gehe ich mal zurück, uns auszuhalten. Super, merci für die schöne Bilder. Also, so hat die Stadt Etelbrick mit all den Visiteern, die da mit sich zu sehen, natürlich auch sehr spektakulisch. Und ich gehe mal so 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 und ich gehe mal so. Untertitelung. BR 2018